Bridge Builders. Ach stimmt, es gibt jetzt was, wo man fast bridge liegen kann, ne? Ja, Bridge Builders. Versuch. Wer's wert. Lol. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich kaum bewegen, guck dir das an. Als ob ich das Game geglitcht hab. Lol. Oh mein Gott, das ist ja richtig behindert. Man muss hier auch noch die Blöcke selber holen. Willst du heute auch noch bauen? Oh mein Gott. Ich brauche diese Blöcke nicht. Ach, der braucht... Der will nur Fichtenholz, ist klar. Ey, so ein dreckiger Homo, er will nur Fichtenholz. Das ist doch übel lame. Wie funktioniert das Spiel jetzt? Du musst... Wir dürfen dem nur eine Art von Blöcken geben und das ist Fichtenholz. Ach so, das ist nichts mit fast bridge. Nein, aber ich weiß, dass es mal so war. Toll. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die das Prinzip geändert haben. So. Hat jedes Team unterschiedliche Blöcke? Ja. Das ist ja so untere. Der eine so ja, Steine, der andere so ja. Holz, der nix. Oder vielleicht hätte ich jetzt nicht direkt Woodplanks machen sollen. Ja, okay. Als ob der wirklich hier Loks braucht. Ey, wenn er wirklich Loks braucht, dann ist er doch richtig behindert. Wie das am Gesamtel? Bitte. Er braucht Loks. Ja. Will er mich ficken? Ja, wo ist denn? Ja, vor allem habe ich hier alle umgearbeitet und er hat die trotzdem geschluckt. Jetzt kann ich mir nicht mal eine neue Axt davon bauen oder sowas. Der hat sie trotzdem gemacht. Der hat gesagt, vielen Dank für die Blöcke, allerdings benötige ich Blöcke vom Typ Fichtenholz, um weiterzubauen. Er hätte die einfach aufgefressen. Jetzt gucke ich mal, ob die Gegner irgendwie so... Ne, die haben alle zum Glück Fichtenholz. Junge Bauarbeiter, sei mal nicht so faul. Der hat seinen Typ Art geändert. Wir brauchen andere Blöcke. Basalt? Heißt das Basalt? Ey, so ein hässlicher Wichser. Wollen wir mal Steinpick-Pick-Axten? Was macht der Be... Was... Was machst du? Was macht dieser Bauarbeiter? Der ist der behindert. Was haben wir da eingestellt? Was? Ein Gemüsesuppe? Der nimmt irgendwie alle Blöcke, die ich ihm gebe. Ja, aber der will halt nur diese eine Art eigentlich. Was hast du da eingestellt? Was hast du mir da ins Haus geschleppt? Das war ich nicht. Das war Hassi. Warum braucht der denn jetzt andere Blöcke? Warum muss der noch eine andere Brücke bauen? Bleib doch mal bei einer, du Wichser. Nicht Wichser, Weichser. Jo, der frisst alle Blöcke. Jetzt braucht er wieder Fichtenholz, ey. Ich kriege Krebs. Kann der Wichser sich mal entscheiden? Vielleicht lade ich einfach das hier hoch. Das müssen wir nochmal wann anders probieren. Weil ich hab gleich das Meeting mit dem... Mit dem Schweden, weißt du noch? Gestern? Warst du da gestern nicht dabei? Ach, hier ist doch mit... Ich hab gestern Jace getroffen. Ey, dieser Typ will mich verarschen. Welcher Jace? Ich hab gestern einen übelst korrekten Jace-Spieler getroffen. Weil ich mit Bangu gespielt hab. Und er war halt übel underranked. Aber der Jace war halt schon mehr in meiner Elo. Und der ist halt aus... Dutsch. Ich glaub das war Schweden. War das Schweden? Bitte nicht sag mir, du hast einfach geändert. Du verdammt... 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 Oh, ich muss den richtig klicken. Yo, bau halt noch schneller. Wart mal, ich hab dem echt genug Blöcke vielleicht... Oh, ich hab mir nicht genug Blöcke gegeben. Komm schon, er braucht noch irgendwie... Was macht ihr da? Warum baut ihr Dreck ab? Ich baue Dreck ab, ja. Ich hab Caps. Könnt ihr bitte aufhören, Dreck abzubauen? Hier, Steine. Nein! Guck doch, er sagt dir doch, was er braucht. Oh, er hat ihn wieder geschluckt. Wären auch meine Steine wieder geschluckt. Was? Der Teleport ist bereit. Was ist das? Oh, fuck, hurry up. Oh. Wir sind eigentlich sogar recht gut, glaube ich, dabei. Wie können wir uns teleportieren? Wir sind nicht das letzte Team. Wo ist der Teleport? Was ist ein Teleport? Er hat doch gerade gesagt, der Teleport ist bereit. Und wie teleportiert er das? Ich hab ja keine Ahnung. Wuhu. Teleport, 30 Sekunden. Ja. Schön, wie er bereit ist, ne? Vielleicht müssen wir das auch so rennen. Ich hab keine Ahnung. Was für Stücke braucht der Junge überhaupt jetzt? Der hat einfach nur gesagt, der Teleport ist bereit. Was braucht dieser Bauleiter denn für Glöcke? Gar nichts. Er hat einfach nur gesagt, der Teleport ist bereit. Ich bin teleportiert worden. WTF? Wo bist du? Lol, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Hier ist ein Diamond Block. Dann wo? Oh, shit. Oh mein Gott, wir sind so behindert. Äh, du musst, du kannst dich teleportieren. Und dann musst du den Diamant Block von den Gegnern abbauen. Den haben die verloren? Nein. Den haben, äh, das hab ich nicht geschafft. Wo ist denn unser Diamant Block? Der ist hier drin. Guck mal, der ist hier in den Steinen drin. Der ist hier drin. Hier drin ist unser Diamant Block. Von denen waren schon alle Steine weg. Die haben die einfach abgebaut, damit die ihre Brücke schnell fertig bauen können. Wir brauchen eine Eisenspitzhacke. Damit geht es schnell. Stein, er braucht Stein. Müssen wir doch wähen. Was willst du denn in der Mitte? Gewinnen? Wenn man das Dracheneil... Warte mal, er braucht Clean Stone. Müssen wir jetzt einen verfickten Ofen bauen? Oh mein Gott, wir müssen uns einen verfickten Ofen bauen. Wo kriegen wir jetzt Kohle her? Alter, ich grabe mich einfach mal nach unten. Ich brauche Eisen. Weil ohne Eisenspitzhacke kommst du ja nicht weit. Ey, wir müssen jetzt erst auf Kohle holen. Guck dir das an, wie weit man da sind. Das ist so unfair. Ja, wie können die denn so schnell Stein gefarmt haben? Vielleicht haben die alle so hier ziehen, so vorwärts. Okay Jungs, du machst das, ich mach das. Dann sehen wir... Ja, weil wir konnten ja nicht mal... ...das sagen. Hast du schon einen Ofen? Ja, hier zwei. Wow, schön, dass du die setzt. Ich kann die nicht setzen, die Dinge. Ich verbrenne einfach meine Holzsachen erstmal. Irgendwas brennt Stoff halt. Ah, hier ist eine Mine. Ach, what the fuck, really? Hier ist auch Gold und alles. Wo? Ich muss irgendwo runterlaufen. Ja, irgendwo. Hat uns unser Team verlassen? Nee, wo ist unser ganzes Team hin? Ich glaub, ich muss nur das Wurzeln sehen. Hier ist Kohle. Lol, Hilfe! Schuss. Alter. Aber da ist... Alter, da ist alles drin, was wir haben wollen. Alles gut. Gemüsesuppe. Einfach Gemüsesuppe behalten. Fuck, ich bin so dead. Ich bin so fucking dead. Also wir müssen halt... Hilfe! Wir müssen leeren Diamantblock abbauen. Dann haben wir verloren oder wie? Oh, fuck, ich bin jetzt richtig... Ich bin Ripp, ich bin Ripp. Ich bin Ripp. Ja, wir müssen leeren Diamantblock abbauen. Okay. Das heißt, wir brauchen eine Diab, bitte. Ich bin Ripp. Ey, man verliert alles. Also man verliert nichts außer seine Ärzte, ne? Alles klar. Geil. Ey, 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 lass... Lass diese... Lass diese Eisen-Gates abbauen und dann vor unseren Diamantblock setzen. Hä, lol, warum gehen die so schnell abzubauen? Gibt's hier Obsidian oder sowas? Das ist ja so lustig. Aber dann setzen wir das vor unseren Diablock. Hä? Dann setzen wir Obsidian vor unseren Diablock oder so. Keine Ahnung. Ich hab ein Problem. Wir müssen diesen... Wir brauchen Torches. Kannst du mal welche machen? Wie? Ja, mit... Ich hab verlernt, wo ein Minecraft spielt. Ich weiß nicht, ob man ein Schwerfer ist. Alter, die... Das... What the fuck? Torches brauchen wir ein Feuerzeug. Nein. Alter, Torches... Kohle. Mach da einfach mit Kohle... Und einem Stick. Ey, unsere Mates sind jetzt wieder da und ich weiß nicht, was die gemacht haben. Okay, also Kohle, Stick und Feuerzeug. Beziehungsweise man macht die Fackel so. Was sind sie wahrscheinlich am Zünden? Nein. Junge, du... Spiel einfach, okay? Ich hab... Ich hab verlernt. Du weißt genau, wie die Sachen noch sind. Sorry, ich weiß gar nicht mehr. Doch. So was vergisst man nicht. Aber da kann ich doch nicht ein besseres Gedächtnis haben als du. Sorry, ich hab vielleicht in der Zwischenzeit noch 10.000 andere Spiele gespielt. Was spielst du andere Spiele? Minecraft is live, Minecraft is love. Rufensohn. Undertale. Andere Spiele, die mir gerade einfallen. Wow, du hast nur Undertale gespielt und Animes geguckt. Hm? Kleiner Pidu. Ich weiß, dass du Tenchi Drop guckst jeden Tag. Was schon? Tenchi Drop. Was ist das? Ja, jetzt musst du nicht so tun, Junge. Ich hab vier Eisen. Es kann losgehen, Jungs. Ich hab jetzt hier Fackeln und die sind schon irgendwie angezündet aus dem Grund. Äh, ich glaube es ist wieder höchst unschlau. Was baut der für eine verfickte Brücke? Ist der geistig zurückgeblieben? Wir haben ja auch kein Wasser auf der Hinsen, das heißt Obsidian fällt eh weg. Aber ich kann diesen Ofen nicht einfach in der Nähe von unseren Mates aufbauen, das wär ja dumm. Ich weiß nicht, dass wir innerhalb von drei Sekunden kein Eisen mehr haben werden. Deshalb sag ich ja, wir sollten mal ausleuchten. Das ist ein Handy-Zombie. Ich komm einfach mit Ofen nach unten, weil das ist viel effektiver. Jetzt ist ein Krieger. Wir müssen es jetzt mal zusammen ein bisschen durchclearen. Hast du Holz dabei? Aber ich hab nur zwei Stücke. Oh, ich, ich find euch gut. Ich brauche ganz viel Kohle. Ja, super, aber hast du Holz dabei? Äh, ich hab Stücke dabei. Das klingt nicht so viel. Weil ich hab keine Workbench. Hier, egal, hier, so. Eisen rein. Ja, aber ich hab halt nichts, um irgendwelche Eisensachen zu craften. Also, wie fehlt der? Äh, mir fehlt. Mir fehlt auf jeden Fall irgendwas. Ich hab's gerade vergessen. Soll ich das noch weiterhelfen? Mir fehlt ein Crafting-Table. Nein, 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 hier gibt's nichts. Geh weg, geh weg, du Bastard. Okay, ich hätt jetzt genug für ne Eisenspitzhacke. Brauchen wir Gold? Wir brauchen eigentlich kein Gold, oder? Ich gucke mir einfach alles mögliche, was ich gerade geben kann. Geh ich mir einfach das Inventar. Ich lässt es immer so ein bisschen. Wir brauchen halt diesen Teleporten. Dann kann ich locker, easy, einen Diablock abbauen. Wo ist der Teleport? Man könnte auch einfach so'n Typ mit Full Equip rein. Der ist, äh, weiter hinten. Wir müssen halt auch aufpassen, weil die auch zu uns teleportieren. Teleporter, Simon. Okay, dann nehm ich den. Das ist immer so lange. Ja, du musst halt diese eine Chance nutzen. Ich wollte mal ausprobieren, was passiert, wenn man dann sich teleportiert. Ich dachte, man teleportiert sich vielleicht irgendwie erstmal auf einen Safe-Spot, aber nein. Wahrscheinlich teleportiert man sich damit, wenn man sich kümmelt. Nehm ich auch. Man, ne, man teleportiert sich auf so'ne Wiese irgendwie. Oder vielleicht ist es auch random. Ich hab mich halt erst einmal teleportiert. Sind hier irgendwo Diamanten? Gibt's das? Vielleicht seh' ich am Handblock das Einzige, was man gefunden hat, müssen wir einfach so'n aufbauen oder so'n. Ich brauch' auf jeden Fall'n Schwert. So, ich hab' ja einfach ein paar Steine jetzt. Gebe ich dir nicht. Hast du... Gib' mir erst mal einen... Wie viele Steine brauchen diese hässliche Bauarbeiter noch? Warte mal, da steht's. Da oben. Guck, benötigte Blöcke. Wie lange dauert denn so eine Kack-Runde? Türkiser Ton, Steinziegel, Sternstufe. Oh, Stufen hab' ich für den. Das dann? Das. Okay, ich hab' ein Steinschwert. Und ich hab' ein Block für den. Du kannst ihm die Sachen jetzt noch nicht geben. So, dann baue ich mal hier diesen Turm, du. Okay, warte, ich geh' ich... Ich nehm' den Teleport. Ich finde... Ich fände Pinks einfach so geil in Minecraft. Hast du Eisen... Äh, ne Eisen-Ticke für mich? Ne, die brauch' ich jetzt. Ich will ja den Diablock von denen jetzt abbauen. Ich hoffe, ich schaffe das. Was wirst du denn mit dem Diablock stirbst? Keine Ahnung. In 5 Sekunden ist auf jeden Fall Teleporter bereit. Und dann, äh, mal gucken. Wahrscheinlich wird man random teleportiert, sonst könnte man ja... Lol, ich hab' noch gar nicht draufgeklickt. Fuck, 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 fuck. Ich bin bei der gegnerischen Base. Ich glaub' ich bin bei der grünen. Einfach so? Ja, mit dem Teleport. Captain Obvious Strikes Back, Junge. Okay, ich weiß, ich könnte es jetzt rushen. Aber die Gefahr ist zu groß, dass sie mich zu früh bemerken. Und deshalb baue ich mich... Ey, ich werde so richtig Sneaky Mission machen. Ich werde mich da drunter durchbauen. James Bond. Richtig James Bond-Style, Alter. Hier jetzt Musik. Ey, lol, es gibt ein Kartoffelfeld. Bitte sag mir nicht, der hat mich bemerkt. Okay, die haben mich noch nicht bemerkt. Die haben mich noch nicht bemerkt. Sneaken. Wenn man den Schwerblock abbauen kann... Beta-Nerf Sneak Mojang. Das ist doch nur ein bisschen sowas wie Dings. Bad Wars gibt. Du hättest nur kein Bett, sondern nur ein Diamant. Die Sache ist halt, die Gefahr, dass man hier bemerkt wird, ist so viel größer als für Bad Wars. Das sind grad die Letzten. Ich weiß halt nicht, ob man zurück muss oder ob man sich einfach mit dem umbringen muss. Oh, lol. Ich hab ihn. Jetzt hab ich keine Ahnung, was ich machen muss. Ich war noch nicht so weit. Was ist, wenn ich mich umbringe? Es hat noch keiner den Liebsspal bemerkt, auf jeden Fall. Dann renn einfach mit dem... In 40 Sekunden ist erst deren Teleport ab. Dann bring dich um, falls drauf. First Team. Ich hoffe, der Diamond Block respawnt jetzt nicht bei denen. Ich glaub, der ist dann einfach weg, oder? Ich hab ihn noch im Inventar. Als ob. Aber ich... Ich hab den Diablock. Ich hab ihn. Ich stelle ihn mal vielleicht neben unseren oder so. Nein. Den verkraften wir locker. So einfach verkraften. Muss man die jetzt einfach nur noch töten? Warte mal. Braucht man hier Dias? Oh, wir brauchen Goldblöcke. Vier Stück. Sackli hat natürlich ein bisschen was. Deswegen vielleicht die Diamantschrezecke. Da stehlt man sich richtig, Sneaky, was? Alter, dieses Spielmodus dauert ja Jahre. Wart mal, das heißt, dann können wir seinen eigenen auch erbauen, oder? Mit der Logik. Ich weiß nicht. Ich hoffe... Ja, ich probier's mal aus. Ja, können wir. Wir haben zwei Diablöcke. Vielleicht sind die auch Ressourcen. Ich stelle mal lieber wieder hin. Geh raus. Geh raus. Ich hab hier ganz viele Blöcke. Ich glaub, wir haben die süßeste Lachen-Team hier. Wir wissen ja selber nicht, wie das Spiel funktioniert. Aber auf jeden Fall sind wir effektiver und produktiver als die. Ich hol schon mal die... Alter, vier Goldblöcke. Da muss ich ja... Muss man ja jedes Goldstück hier aufsammeln. Ich mein, zu wenig ist jetzt nicht da. Äh, der Diablop bleibt halt mit dem Invertar, wenn ich jetzt sterbe. Und deshalb kann ich eigentlich die ganze Zeit sterben. Aber die anderen ärzt halt nicht. Ich benutze die Diabekacke jetzt ein bisschen, wenn's schneller geht. Weißt du was? Dann wird das einfach das Video. Ja, endlich genug Steine geben. Äh, mir fehlen die Blöcke vom... Ja, ist doch schon saulange so, dass der Steinziegel stufen will. Das ist aber leider keine solche Rumschrei-Scheiße. Da hätte ich jetzt irgendwie doch Lust drauf gehabt. So richtig rumschreien einfach mal wieder. Hier macht damit was. Da. Da. Was mach ich mit dem Diablock? Ich will dir nicht unseren Mates anvertrauen. Ich baue damit in einen Diamant-Pickaxe. Ja, aber... Der ist doch übel ineffizient. Eine Diamant-Pickaxe. Genau, so eine... Ich baue mir eine Diapickaxe. Dann machen wir auch eine, dann können wir übelst gut fahren. Dann sind wir voller Held. Aber wir brauchen ja keine Diapicke. Wir brauchen Diash-Schwert, um zu kämpfen. Warte, ich mach uns beiden erstmal Diashwerter, so. Aber du... Das scheint... Wo bist du? Es wurden neue Erze generiert. Oh, nice. Der ist ein neuer Diamant-Block. Ne, neuer Diamant-Block wird nicht gesponsert. Erze ist ja kein Diamant-Block. Wo bist du? Hast du unseren abgebaut gehabt? Nein, also ich hab ihn abgebaut, um zu gucken, ob man ihn abbauen kann, und dann wieder hingesetzt. Da bist du. Ich will nicht, dass er ne Maid-Block bekommt, jetzt schnell. Äh, okay, dann nehm ich wieder den Teleport. Ich geb dir auch die 5 Dias. Komm mal her, komm mal her. Der sagt Stein-Ziegels-Stufe. Hast du so? Okay. Okay, dann TP ich mich jetzt wieder. Ich will mir damit einmal ne Diamant-Block-Zacken. Ich weiß jetzt echt nicht, was dieser Diablock bringt. Vielleicht kann ich die jetzt auch einfach töten, aber... Vielleicht ist es auch wirklich einfach nur ein Ressource-Block, den man sich extra nehmen kann. Und jeder Team hat den halt. Teleport in 18 Sekunden. Okay, ich hab... Ich hab alles Gute dabei eigentlich. Nichts, also... So, ich hab jetzt noch ein paar Blöcke. Teleportiert. Lol, ich bin mir bei dem Team, wo ich mich schon vorhin teleportiert hab. Was passiert, wenn ich die jetzt kille? Lol, ich krieg die Items von denen. Ich kann... Ich kann alles klauen einfach. Ich kann die halt übelst Ressourcen-Arm machen dadurch. Soll ich jetzt einfach Suizid begehen? Ich hab übelst... Die haben ein Dia-Schwert. Ich hab Q gedrückt, um mich umzugucken. Und dann hab ich halt vergessen, dass Q im Moment mein Drop-Ding ist. Ah, das ist ein Dia-Schwert-Ding gegeben. Ja. Also man verliert alles, was aus... Also alle... Fast alle Erze. Goldohr hab ich jetzt irgendwie nicht gelaunt. Ich hab neun Goldohr vor dem geklaut. Ist ja auch ganz useful. Gut. Daraus können wir einen Diamant-Block... Äh, einen Gold-Blocken... Also man braucht ja auch einen, glaub ich. Vier. Aber... Also ich hab die richtig um Ressourcen geärmert, glaub ich. Ich muss das halt... Ich weiß halt noch nicht... Also die respawnen auf jeden Fall noch. Man muss also auf jeden Fall als Erster in der Mitte sein. Wahrscheinlich muss man einfach Suizid begehen. Dieser Teleport ist dafür da, um den anderen Ressourcen zu klauen. Scheint so. Also es dauert immer... Oh ne, da hat sich grad einer teleportiert. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Der hat einen Diamant von mir. Holy shit, der ist voll Iron. Der hat einen Diamant von mir. Kill ihn. Der hat den Diab... Der hat schon den Diablock. Nein, der begeht Suizid. Hat er unseren Diablock? Ja. Ne, oder? Und tschüss. Der hat einen Diamanten von mir und den Diablock, oder wie? Hat er echt jetzt den Diablock? Ja, er hat den. Das hab ich auch schon gemacht. Faulum, ich sag grad so... Oh, da hat sich jetzt grad einer teleportiert. Und da ist schon wieder einer? Ne, lol. Unser Mate hat sich wirklich einen Diabros-Panzer gecraftet. Come on, bitch. Lame. Ich geh jetzt einfach mal zu zweit mit ihm hin. Vielleicht schaffen wir ja was. Wir sind jetzt einfach so gut. Und ihr baut hier mal kurz weiter. Okay, okay, okay. Oh, lol. Getu-hitted vom Nia-Schwert halt. Also jede Minute kann man sich teleportieren. Man kann sich jede Minute teleportieren. Du musst einfach nur da stehen. Also du hast nicht irgendwie einmalig ne Chance oder so. Und dann musst du 5 Minuten warten. Sondern du kannst jede Minute einfach da stehen. Und dann halt versuchen was zu reißen. Du wirst random zu nem Team teleportiert. Ich versteh... Also du musst wirklich halt erstmal... Ich versteh nicht. Dieser Diablock, was bringt der? Hätten wir den einfach abbauen können. Dann hätten wir ja selber was draus machen können. Und dann hätten wir den nicht so wasten müssen. Wir haben jetzt den ersten Goldblock, weil den braucht der wahrscheinlich noch gar nicht. Wir brauchen grad Eichenlaub. Wir brauchen ne Schere. Habt ihr auch mal das Eisen verkrab... Wer wertet, was ich die ganze Zeit mache? Ist der geistig behindert? Wir brauchen Eisen, ne? Eisenloch. Äh, Eichenloch. Nein. Wir würden nicht klappen. Ich schnüpfe durch. Hahaha. Hey, Erze würden generiert halt. Das heißt, wir brauchen neue Sachen. Ich mach mal das ganze Gold aus. Hahaha. Zzzzzz. Wieso hast du auch die Flicker an? Nö. Ich hab mal einen Test gemacht. Junge, musst du die Brücke so ausschmücken. Oh, lol. Ich hab ihm schon genug gegeben, ne? Ich hab ihm schon genug Blöcke gegeben. Das war's schon. Ich bin tot. Goldblöcke. Er hat grad alles von mir gekriegt. Wo ist er? Der ist irgendwo unten. Ah, ich seh, ich seh. Er begeht wahrscheinlich gleich einfach Suizid. Oh, lol. Das ist schon wieder der Full-Iron-Typ. Ist der low? Nö. Ey. Helft mir bitte. Der kann jetzt nicht mit dem Zeug wegkommen. Wixstüte. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Er hat also alles wieder fallen gelassen, was er wahrscheinlich von dir geholt hat. Also es ist eine Menge. Es ist sieben Gold und ein Eisen und sowas. Einer von uns ist geliebt. Oh, Mann. Es ist der Typ, dem ich grad die Zeug geklaut hab. Ich glaub nicht mal. Der hatte gar keinen Grund, also zu lieben. Hier, komm mal hier. Hier ist dein Zeug wieder. Ich bin ja eine Wichstüte. Was braucht der? Jetzt schon wieder der Homo? Ich hab ein Tier. Ich hab ein Tier. Und ich bin weg. Einfach ein Tier genommen weg. Wie, von wem denn ein Tier? Ich hoffe, der wurde deleted. Also ich hab mich jetzt selbst umgebracht. Und ich hab von irgendeinem Team... Ich hab halt jetzt auch ein paar Items wieder mehr verloren. Das liegt. Wir sind jetzt zu zweit. Ja. RIP. Tigorus. MC. YouTube. Oh, der hat hier so OP-Equipment gebunkert, der kleine Wichser. Das ist so eine Wichstüte, ey. Wir brauchen Fichtenholzbretter. Vielleicht sollten wir das mal machen. Komm, wir carry'n das jetzt. Ey, die Gegner haben schon gewonnen. Ich moote die Fälle. Die Gegner haben auch schon so gut wie gewonnen. Guckst du dir an. Die haben 90%. Wir haben? 58. Was war Items hast du jetzt verloren? Ja? Was war Items hast du jetzt grad verloren? 20.000 Gold etwa? Warum? Die haben sobald... Die haben gewonnen, sobald ihr... Oh, aber die beswerte steht. Als ob. So, ich hab Fichtenholzbretter. Wenn du 100% der Brücke hat, kann man einfach aufs Enter-Eye klicken und nach uns. Hurry! Alter, die Runde war halt übelst langweilig. Trotzdem. Nein, der baut einfach die ganze Zeit. Schnell, schnell, schnell. Wir gewinnen es noch. Der hat keine Steine mehr. Wir haben keine Steine. Der hatte auch keine Steine. Ey, dieses Game war richtig kacke. Wir haben fast zwei. Ja, wow. Wir haben ja nicht so mit dem Anti-Mate-Tagen. Alles Anti-Mates. Liner Lappen. Ja, okay. War eine lustige Runde. Dafür habe ich gerade 30 Minuten meiner Lebenszeit. Gott. Sehr gut. Ich hoffe... Euch war genauso langweilig wie mir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Wie notes. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.